Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leichtgemacht, den Podcast für alle, die gerne mehr über Weine erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bolt, ich bin Weinakademiker und freue mich, dich heute schon zur bereits 14. Folge von Weinverstehen leichtgemacht begrüßen zu dürfen. Und diese Folge ist gleichzeitig auch der vierte Teil von 5 zum Thema Süßweine. Ja, als erstes möchte ich mich bei den Leuten entschuldigen, die heute an dieser Stelle das Interview zu Madeira Wein erwartet haben. Das hat leider organisatorisch nicht geklappt, das für diese Episode schon einzuspielen und aufzunehmen, aber ich bin da an dem Ball nach wie vor dran und es sieht ganz gut aus, dass zur 15. Ausgabe dann das Interview über Madeira Weine mit einer ausgewiesenen Expertin aufgenommen werden kann und dann reichen wir das quasi als 15. Folge nach. Bei mir ist gerade ein bisschen die Seminar-Sommerpause. Das heißt, ich bin mehr so konzeptionell unterwegs und überlege mir das ein oder andere Seminar, was nächstes Jahr dann angeboten werden kann. Da habe ich auch schon ein paar gute Ideen und vielleicht treffe ich ja den einen oder anderen auch da mal bei einer Live-Veranstaltung. Apropos Ideen, es gibt zwei Neuerungen. Ich habe mir überlegt, nachdem die Hörerfragen und euer Feedback zunimmt, dass ich die jeweils besprochene Hörerfrage auch auf meiner Homepage in der Episodenzusammenstellung erwähne, sodass ihr inhaltlich einen noch besseren Überblick über die einzelnen Episoden in Zukunft haben werdet. Ansonsten, apropos Feedback, ich wollte euch nochmal motivieren, mir ein Feedback bei iTunes und Spotify zu geben. Ihr schreibt mir zwar zum Teil schon recht fleißig und es ergeben sich auch durchaus interessante Diskussionen zum einen oder anderen Thema. Dazu in der nächsten Folge dann auch nochmal mehr. Aber am meisten, um die Hörerschaft noch weiter zu verbreiten, würde mir natürlich ein positives Feedback bei Google, Spotify, auch YouTube von mir aus auch gerne genommen und vor allem bei iTunes am meisten helfen. Also ich würde mich einfach freuen, wenn ihr das überwiegend positive Feedback, was ich von euch auf verschiedenen Kanälen halte, dass sich das auch ein bisschen mehr bei iTunes niederschlägt. Das ist aber noch nicht alles mit den Neuerungen. Ich habe mir noch ein Gewinnspiel überlegt. Und zwar habe ich die Idee, jede dritte bis fünfte Folge, je nachdem wie gut es dann angenommen wird und wie viel Spaß ihr daran habt und vor allem wie erfolgreich ihr dann mit der Antwort seid, eine Frage auszuloben und dann gibt es irgendeinen Gewinn. Zunächst mal möchte ich jetzt nur mit einem Gewinn anfangen und vielleicht gibt es da mal ersten, zweiten und dritten Platz. Aber ich denke, das ist eine ganz witzige Idee. Vielleicht euch auch dazu ein bisschen mehr Feedback und Interaktion motivieren zu können. Und mit der heutigen Frage möchte ich dann quasi beginnen. Und zwar, wie heißt der italienische Likörwein, der geschmacklich sehr ähnlich zu Madeira ist? Wer das weiß oder glaubt zu wissen, der kann sich an mich wenden. Am einfachsten per E-Mail, damit eure Antwort auch nicht anderen quasi zur Verfügung gestellt wird oder per FaceTime. FaceTime vielleicht ist ein bisschen schwierig, aber Facebook Messenger wäre zum Beispiel eine Möglichkeit oder eine E-Mail. Das wäre das Einfachste. Also wer weiß, wie dieser italienische Likörwein heißt, meldet es mir und unter allen richtigen Antworten verlose ich dann eine, ja, ich sage mal Genuss-Grundausstattung. Das wird dann zum einen, das Highlight des Gewinns, wird dann ein Karaffenreiniger sein. Das finde ich ein ganz praktisches und auch nicht ganz unwichtiges Utensil, wenn man mit Rotweinen arbeitet zu Hause, die dekandiert werden müssen und relativ kräftige Farbpigmente haben, dann gehen die in der Spülmaschine oder mit Bürste relativ schwer raus. Und da gibt es eben ein kleines Utensil, was die Arbeit deutlich erleichtert. Und zu diesem kleinen Gadget gibt es dann noch die Grundausstattung. Ein paar Tischsets werde ich dann in das Päckchen noch mit reinlegen von mir, die Verkostungsnotiz und ein paar meiner Bierdeckel. Also wer Lust hat, daran teilzunehmen, einfach eine Private Message an mich und ich drücke euch die Daumen, dass ihr die richtige Antwort habt. Das soll es dann auch schon genug der anleitenden Worte für heute sein. Und wir fangen wie üblich an mit der Hörerfrage. Mich hat eine Hörerfrage von Steffen erreicht, die die meisten Weintrinker oder Weinliebhaber beschäftigt. Und zwar stellte er die Frage, wie wichtig die Glasform des Weinglases ist und ob es Sinn macht, für alle möglichen Weinstiele ein eigenes Glas zu Hause zu haben. Zunächst mal herzlichen Dank für diese Frage und die Zielrichtung der Frage zeigt mir einfach, dass ihr, meine lieben Hörer, schon sehr weit im Thema zum Teil drin sind und ich finde es einfach super spannend, mit was für interessanten und wichtigen Fragen ihr auf mich zurückkommt. Das ist genau das, was ich mir gewünscht habe. Zur Beantwortung der Frage hole ich wieder ein bisschen weiter aus. Zunächst mal ist es so, dass die Gläser, die wir hier bei der Verkostung verwenden oder zumindest das ich verwende, sind sogenannte Verkostungs- oder Sommeliergläser, die aber auch zum normalen Trinken verwendet werden können und die Form ergibt sich daraus, dass die Glasform ermöglichen soll, möglichst viel der Aromen des Weines unabhängig von seinem Stil herauszuschmecken und zu detektieren. Und damit sind wir eigentlich auch schon auf der Spur der Erklärung, warum es so verschiedene Weinglasformen gibt. Im Grunde versucht jedes Weinglas die Spezifika des für ihn dezidierten Weinstiles bestmöglich zu unterstreichen und möglicherweise auch das Atmen des Weines im Glas für den größtmöglichen Genuss zu ermöglichen. Als Extrembeispiel möchte ich vielleicht die Bordeaux-Gläser erwähnen, die ganz generell für Weine mit kräftigen Tanninen gedacht sind. Die Form ergibt sich daraus, dass die Weine eine möglichst große Oberfläche haben, damit eben das Atmen des Weines im Glas bestmöglich unterstützt wird. Das Gegenteil sind die Schaumweingläser, die ja im Verhältnis zumindest einen sehr geringen Querschnitt haben und eher hochgebaut sind, eine möglichst geringe Wasseroberfläche haben, um die zarten Aromen zu konzentrieren und zu verhindern, dass der Wein relativ zügig seine Kohlensäure verliert. Und das ist eben der Fall, wenn das Weinglas möglichst schlank daherkommt. Was wiederum bedeutet, dass die oft verwendeten oder in der Sektpyramide verwendeten Kelche oder Schalen eigentlich völlig kontraproduktiv sind und zumindest im Hinblick auf Schaumweingenuss eigentlich die falsche Glaswahl sind. Jetzt lässt sich halt mit einem schlanken Weinglas schlechterdings eine Pyramide bauen. Deswegen mag das als Partygag vielleicht angemessen sein oder sinnvoll sein, aber eigentlich ist es zumindest für in Anführungszeichen normale Schaumweine die falsche Wahl. Und so kann man es eigentlich durchdeklinieren für alle Weinstiele. Je feiner, eleganter ein Wein ist, desto mehr muss es sich nach oben verjüngen, damit die Aromen Richtung Nase quasi konzentriert werden. Da kann man vielleicht ein Burgunderglas nehmen, was ja nach oben hin sich verjüngt, weil dort hauptsächlich ja Spätburgunder oder Pinot Noir getrunken wird. Der jetzt natürlich von der Aroma-Intensität in einer ganz anderen Kategorie unterwegs ist, wie jetzt eine Wuchtbrumme aus dem Holzfass mit viel Tannine. Und so macht es dann schon durchaus Sinn, dass man für die wichtigsten Stile vielleicht dezidierte Gläser zu Hause hat. Das soll heißen, Schaumweingläser bieten sich natürlich immer an, da die eben diese speziellen dünnen Gläser brauchen. Dann natürlich noch ein Dessertweinglas, was ja zur heutigen Folge ganz gut passt. Die sind auch eher schmal und auch vom Füllvermögen von dem Volumen her viel kleiner, weil der Dessertwein in aller Regel in geringeren Mengen verkostet wird. Also die zwei braucht man auf alle Fälle. Dann kann man sich noch ein Weißweinglas zulegen und ich würde sagen, für Rotweine macht es durchaus Sinn, ein Bordeaux und ein Burgunderglas zu haben. In der Blindverkostung ist es nun so, dass ich sagen würde, es ist sehr, sehr schwierig, die passende Glasform herauszuschmecken. Also wer in einer Blindverkostung mit verbundenen Augen dann natürlich herausschmecken kann, in welchem Weinglas sich der Wein befindet, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Es geht hier einfach mehr um die optimierte Glasform zu dem Weinstil und natürlich auch für eine Augenweide oder für die optische Stilsicherheit des verwendeten Weines. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, dass die Weine grundsätzlich deutlich anders schmecken, abhängig von der Glasform. Viel wichtiger, denke ich, wäre aber noch zu erwähnen, die Glasqualität. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob man dickwandige, schwere, mit Nähten und Ecken und Kanten versehene Industriegläser verwendet oder auch zarte, mundgeblasene Weingläser, die einfach beim Weingenuss viel mehr Freude und Spaß machen. Deswegen schaut euch einfach bei den namhaften Herstellern um, wie Spiegelau zum Beispiel oder Riedl. Ich kann aber auch, ich persönlich mag zum Beispiel die Saltogläser ganz gerne. Das ist eine kleine Manufaktur aus Österreich. Da muss man pro Glas in etwa 30 Euro investieren und ich finde, das ist auf jeden Fall wert, weil der Genuss und die Freude am Wein damit deutlich gesteigert wird. Die drei Key Facts zur fünften und letzten Folge unserer Süßweinreihe sind 1. Dessertweine sind wegen dem sehr hohen Säure- und Zuckergehalt besonders lange haltbar. 2. Key Facts Die völlig gesunden Trauben für Eiswein werden bei mindestens minus 7 Grad Celsius Außentemperatur gelesen. Und der dritte Key Facts Edelfaule Weine entstehen durch einen Pilz, der die Traubenhaut perforiert und somit das Wasser aus der Beere austreten kann und somit zur Konzentration des Zuckers und Inhaltsstoffe führt. Wie üblich beim neuen Thema ein paar kurze Worte zur Theorie beziehungsweise zu dem Hintergründen der besprochenen Weinstiele. Als Ergänzung zu den drei Key Facts von eben würde ich noch gerne hinzufügen, dass die Süßweine in Deutschland zumindest ja Prädikatsstufen aus dem deutschen Weingesetz für Qualitätswein sind. Die heutige Auslese ist die niedrigste Prädikatstufe, die als edelsüß bezeichnet werden kann, weil der Lesezeitpunkt es erst ab der Auslese ermöglicht, dass sich die erwünschte Edelfäule im Weinberg breit macht. Darüber hinaus gibt es noch die Beernauslese und Trockenbeernauslese. Das sind die Lesezeitpunkte noch später, was von Jahr zu Jahr abhängig von der Witterung möglich ist oder eben nicht, weil das Wetter entsprechend perfekt sein muss, damit es zu der gewünschten Edelfäule kommt und nicht die Beeren im Weingarten verrotten oder verfaulen. Und ein bisschen abseits davon steht der sogenannte Eiswein. Und das ist ein Punkt, der mir persönlich am Herzen liegt und was mich auch häufiger bei Restaurantbesuchen ein bisschen stört. Wenn man dort in die Weinkarte schaut, wird die Seite der Dessertweine oft mit Edelsüß bezeichnet und dort findet sich dann eben auch ein Eiswein. Eiswein ist ja wie gesagt ein Wein, der gewonnen wird durch die Lese von gefrorenen Trauben beziehungsweise der Wasseranteil der Beeren ist gefroren bei circa minus 7 Grad Celsius und damit findet eine Anreicherung der Aromastoffe und des Zuckers statt und während der Quetschung und Presse beziehungsweise Filterung verbleibt eine große Menge des gefrorenes Wassers außerhalb des Mostes, sodass der sehr stark konzentriert ist und letzten Endes dann diesen Süßwein ergibt. Damit die Reben aber bis zum ersten Tag wo die Witterung in der Nacht minus 7 Grad und meistens ist das so im Fall dann von 4 Uhr morgens also die Arbeit ist alles andere als einfach und ich würde sagen eher was für Fans also man rennt dann bei minus 7, minus 8 Grad um 4 Uhr morgens im Weinberg rum und macht Handlese es ist wirklich sehr mühsam und anstrengend und diese Beeren müssen eben komplett gesund sein ohne jeglichen Befall irgendeines Pilzes oder Bakteriums und damit auch eben Botrytis frei Botrytis ist der Name für die Edelfäule auf Lateinisch oder aus der Biologie und damit unterscheidet der Eiswein sich grundsätzlich beim Eiswein weil es gesunde Trauben sind steht die Rebsorten Charakteristik und das Aromaspektrum der Rebsorte im Mittelpunkt und bei den edelsüßen Weinen ist es so dass durch die Perforation der Schalenhaut nicht nur das Wasser austritt sondern der beteiligte Botrytispilz eben auch Stoffwechselprodukte in die Beere abgibt und damit zusätzliche Aromen in die Weinbeere einbringt und dieses Aroma kann man häufig als Orangenschalen bezeichnen das ist der typische Aroma Anteil von Botrytis Weinen und das entsteht zum einen durch die Aufkonzentration durch Wasseraustritt aber ganz wichtig bei edelsüßen Weinen eben auch die Stoffwechselprodukte des Pilzes und somit haben wir hier keine unversehrten Trauben ich stelle euch auch noch in den Shownotes und hier auch als Kapitelabschnittsbild ein Bild von befallenen Trauben mit Edelfäulereien das ist alles andere als ansehnlich und wenn man dort im Vergleich die Eisweinbeeren anschaut handelt es sich dort um völlig gesunde Trauben also wir haben hier zwei völlig unterschiedliche Weinstile und Lesemethoden beziehungsweise Anbaumethoden und ich finde das gehört sich eigentlich auch dann entsprechend auf der Weinkarte unterschieden Beiden Weinen ist gemeinsam der relativ geringe Alkoholgehalt es ist nämlich so dass die Hefezellen beim Gärvorgang ein bestimmtes Milieu benötigen sprich sie brauchen Nahrung und eine bestimmte Konzentration an Zucker Alkohol beziehungsweise das Verhältnis zu Wasser bei sehr sehr hohen Zuckergehalten wie wir es jetzt bei Eisweinen und edelsüßen Weinen haben ist es allerdings so dass die Hefezellen irgendwann nicht mehr mit der konzentrierten Zuckerlösung zurechtkommen und dann irgendwann absterben das führt dann eben dazu dass in den Weinen ein beträchtlicher Teil an Restzucker erhalten bleibt und somit der Alkoholgehalt verhältnismäßig gering ausfällt und Alkoholgehalte zwischen ich sage jetzt mal 6 und vielleicht 10% im Süßweinbereich als völlig normal anzusehen sind liegt einfach daran dass die Hefezellen mit den steigenden Alkoholgehalt und den nach wie vor hohen Zuckergehalt irgendwann nicht mehr zurechtkommen nicht mehr lebensfähig sind und damit letzten Endes sterben und der Gärprozess zum Stillstand kommt Vorbereitung der heutigen Verkostung Obligatorisch ist die weiße Unterlage die ihr bei mir auch bestellen könnt wenn ihr mir einfach kurz eure Adresse zukommen lässt und auf irgendeinem Weg mir das Porto erstattet dann sende ich euch gerne mein Tischset zu und ein paar von euch Hörern haben das auch schon in Anspruch genommen und ich würde sagen wir brauchen heute wieder zwei Gläser weil wir eben genau heute den Unterschied zwischen einem edelsüßen Wein und einem Eiswein herausschmecken möchten und das geht am besten im direkten Vergleich ihr könnt entweder die Dessertweingläser falls vorhanden bei euch zu Hause verwenden aber ich werde entgegen dem speziellen Dessertweinglases wie es jetzt in der Gastronomie oder für den normalen Verzehr eben verwendet werden sollte auch hier wieder meine beiden Sommeliergläser verwenden und die ideale Trinktemperatur für Süßweine ist circa 12 Grad Celsius das heißt wieder am besten die Weine in den Kühlschrank stellen und zeitig bevor natürlich dann wieder herausnehmen entweder nimmt ihr die von der letzten Episode erwähnte Temperatur oder Thermometer Manschette um eben die Weine dann bei circa 12 Grad zu verkosten so dann kommen wir jetzt endlich zur Verkostung der beiden Süßweinperlen ich würde es wirklich so nennen und wir fangen mit der Auslese Kivet aus 2017 vom Kracher im Burgenland am Bodensee an vielleicht noch ein paar Worte zum Weingut selber wie man an den Schraubverschluss oder an dem an der Kappe bei beiden Weinen im Übrigen erkennen kann ist die Rot-Weiß-Rote Flagge Österreichs zu erkennen das ist allgemein das Erkennungsmerkmal von österreichischen Qualitätswein ich fand das als das aufkam und eingeführt worden ist eigentlich ein sehr geschickten und cleveren Marketing Zug weil damit ein optisches Unikat eigentlich geschaffen wird und bereits anhand der Kappe auf den ersten Blick zu erkennen ist dass es sich um einen österreichischen Wein handelt und das ganze Weinbauland an sich hat er die letzten Jahre extrem auf Qualitätssteigerung gesetzt vertritt auch ihre Weine mit einem ganz gerechtfertigten wie ich meine stolz und möchte auch auf dem Weltmarkt eine gewisse Aufmerksamkeit erlangen und es geht natürlich auch nur wenn man im Weinregal die Herkunft relativ prägnant zur Schau stellt Kracher ist wie gesagt im Burgenland am Neusiedler See angesiedelt die ganze Ecke heißt auch Seewinkel und zunächst mal bedarf es ja einem besonderen Klima edelsüße Weine zu erzeugen ich bin ja in der Theorie schon drauf eingegangen und diese Besonderheiten finden sich eben genau am Neusiedler See die der See im Herbst wenn das Wasser wärmer ist als die Luft entsteht ein Nebel in den ansonsten trockenen kontinentalen panoblen Klima sodass der Befall der Trauben mit der Edelfäule reproduzierbar und gar nicht so selten ist und das erlaubt eben der Region sich einen ausgezeichneten Namen in edelsüßen Dessertweine gemacht zu haben und das Weingut Kracher ist sicherlich man kann es eigentlich gar nicht anders sagen ist die Speerspitze des Süßwein Anbaus in Österreich wenn nicht in ganz Europa und hat sicherlich maßgeblich dazu auch beigetragen edelsüßen Wein wieder ein bisschen nach vorne zu pushen der Kracher an sich ist mittlerweile als Synonym kann man sagen verwendet für edelsüßen Wein vom Neusiedlersee und das spricht eigentlich schon Bände auf welchem Qualitätsniveau oder Anspruch das Weingut operiert mittlerweile in der dritten Generation und die Produktpalette ist ziemlich breit und divers also es geht los mit Auslesen über Trockenbeeren Auslesen Beeren Auslesen Eiswein mittlerweile auch Stillweine und sogar Sekte aber ich denke das große Aushängeschild von dem Weingut Kracher ist im Prinzip die Süßweine und noch so ein Schlagwort was man immer wieder liest nennt sich Ruster Ausbruch das ist ein Eigenname für eine spezielle Art von Süßwein die aus Rust das ist eine kleine Gemeinde am Neusiedler See am Westufer wo übrigens auch die Wein Akademie Österreich zu Hause ist und die hatten dort eben den Wein Ruster Ausbruch kreiert und entsprechend als Markenname eingeführt und da ist der Kracher auch nicht ganz unbeteilig daran gewesen dann schauen wir uns bevor wir die Flasche eröffnen nochmal an das Etikett würde ich sagen ist nüchtern gehalten zumindest die Vorderseite wir lesen hier den Jahrgang ganz normal und auslese ist wie gesagt auch nach dem österreichischen Weingesetz der Zuckergehalt zum Lesezeitpunkt und Cuvée steht drunter wenn man im Internet das Factsheet zu diesem Wein runterlädt er findet in den Shownotes beziehungsweise auf meiner Homepage dann auch den Link dazu stellt sich raus die Cuvée besteht aus 60% Chardonnay und 40% Welsh Riesling und damit sind es schon mal die zwei ganz dominanten weißen Rebsorten für diese Region die eben auch oft für die Süßweinherstellung verwendet wird Auf der Rückseite ist es dann eben noch ein bisschen genauer gehalten wo der Wein herkommt Burgenland wie gesagt und die ganz normale Prozent Angabe 12% ist für einen edelsüßen Wein eher am oberen Ende aber für Auslese wiederum nicht ungewöhnlich weil in der Auslese natürlich der Zuckergehalt noch nicht so extrem hoch war dass die Gärung frühzeitig von sich aus zum Erliegen kommt da kommt man dann eben schon auch auf jenseits von 10% ein bisschen ungewöhnlich finde ich den Schraubverschluss das hat man ja beim letzten Mal schon diskutiert da gehe ich auch in der nächsten Sendung nochmal auf einen Hörerkommentar ein stört mich jetzt eigentlich an der Stelle nicht es ist jetzt Auslese sind jetzt auch nicht die Weine die man für Jahrzehnte im Keller liegen lassen muss das Alterungspotenzial von diesem Wein kann man aber bei einer Restsüße von knapp 72 Gramm und 12% Alkohol aber durchaus als hoch ansetzen und ein paar Jahre oder mehr als 10 Jahre macht der Wein in der Flasche auf jeden Fall mit gar keine Frage dann öffnen wir mal die Flasche und so tue wieder mein Blatt Papier drunter auffällig als erstes würde ich schon bei der Optik sagen die Biskosität ist eher gering der Wein kommt soll jetzt nicht negativ klingen aber einfach aus Fakt eher dünnflüssig das ist bei konzentrierteren Restsüßen oder höheren Restsüßen durchaus anders von der Farbe her ist jetzt bei meinem Licht hier immer ein bisschen schwierig auf jeden Fall mittleres Goldgelb mit ja man kann sich vielleicht noch ein paar grünliche Reflexe reindenken aber ich denke Goldgelb trifft es ganz gut und Schlierenbildung hat man natürlich ein bisschen der wässrige Rand ist auch vorhanden die Farbintensität ist sowieso jetzt hier nicht so hoch riechen wir mal rein ins Glas ohne es groß zu schwenken genau und das ist jetzt schon mal schön für mich weil der Wein genau das zeigt was ich euch eigentlich demonstrieren wollte was nämlich edelsüße Weine ausmacht beziehungsweise was ihr Geschmack oder ihre Aromen charakterisieren und zwar ist es typisch die Orangen Aromatik das der Honig also man hat Honig in der Nase es kommt dazu noch Orangenschale und Orangenschale beziehungsweise auch wenn es noch gehaltvoller oder körperreicher wird kann man auch an Orangen Marmelade denken zum Beispiel aber diese Orangen Marmelade ist oder Schale ist eben genau das was einen edelsüßen Wein ausmacht das heißt auch als Merkhilfe Edelsüß muss nicht unbedingt Trockenbeeren oder Beeren Auslese sein geht auch eben bei Auslese ja die Intensität wir schwenken mal das Glas die Intensität nimmt deutlich zu noch und die Orangenschale finde ich zeigt sich schon ganz gut man es ist überhaupt sehr tropisch ich denke auch an bisschen Maracuja vielleicht dann diese Schokobananen ohne die Schokolade Honig wie gesagt Weinbergspfirsich ja es ist eigentlich ein ganzer Blumenstrauß an Früchten Obst tropischen Zitrus Früchten kann man gar nicht jetzt auf die Schnelle zuordnen Passionsfrucht hätte ich auf jeden Fall noch dabei vielleicht sogar ein bisschen sehr reife Ananas Mangostin kann ich mir noch reinschmecken also es ist ja you name it also ich denke es jeder der da irgendwas rausriegt an tropischer Frucht wird wahrscheinlich recht haben es ist wirklich ein überbordendes Aromafeuerwerk was hier abgebrannt wird und es macht einfach wahnsinnig Lust den Wein in den Mund zu nehmen ich stehe halt auf sowas einfach deswegen habe ich mich auf diese Sendung auch so gefreut weil das einfach immer für mich ein schöner Genuss ist jetzt probiere ich ihn auch jetzt halte ich es nicht mehr aus also wir haben im Mund auf jeden Fall noch eine zupackende Säure die den hohen Zucker eigentlich sehr gut ausbalanciert wenn man aufs Papier schaut steht dort 6 Gramm das ist weniger als beim normalen Riesling deswegen kommt die Säure auch einem nicht so prägnant vor ist ja jetzt auch nicht völlig im normalen Bereich 6 Gramm vielleicht oberes Mittelfeld im schlimmsten Fall aber der Zucker kommt trotzdem eigentlich überhaupt nicht pampig vor nicht dass ich das jetzt erwartet hätte aber beim reinen Zahlenverhältnis hätte man sich vielleicht schon was schwereres wuchtigeres erwartet im Glas ansonsten würde ich sagen ist der Körper wie gesagt eher auf der leichten Seite ja das Aromaspektrum im Mund spitzt sich ein bisschen zu soll heißen die Komplexität nimmt für mich ein bisschen ab ist jetzt aber gar nicht so negativ es ist mehr eine Fokussierung vielleicht ich würde jetzt tatsächlich eher auf Mangostin Litchi schieben also weiße tropische Früchte ist jetzt übrigens nicht abgelesen ihr werdet das auch so in der Beschreibung finden aber ich finde die Beschreibung von dem Factsheet ist einfach auch sehr treffend zu der Säure gesellt sich noch ein bisschen Citrus Aromatik ja aber nichts herbes es ist eher der Schuss Zitronensaft in der leckeren Schorle also ohne Kohlensäure natürlich aber es ist einfach so ein leichter Säure Kick ein gewisser frische Kick mit dabei der auch lange anhält und eigentlich auch nochmal den hohen Restzucker wie ich finde einen schönen Rahmen verleiht der Zucker mit 70 Gramm ist jetzt auch nicht so dominant dass es gar nicht mal so leicht sein dürfte diesen Wein ein Nachtisch beiseite zu stellen ich meine der Trend geht ja grundsätzlich schon meiner Meinung nach zu weniger Zucker und wenn die Nachspeise nicht allzu süß ist dann funktioniert das natürlich wenn man jetzt aber an Lychee Eis zum Beispiel denkt müsste man halt ein weniger Gesüßes nehmen vielleicht mit frischen Lychis zubereitet um nochmal die Frucht und die Aromatik aufzugreifen Mangostin passt auch ist ja nicht ganz so süß vielleicht wie Lychee oder Rambutan ist auch noch so eine Frucht die irgendwo zwischen Lychee und Drachenfrucht steht das ist die rote Frucht mit den lustigen Härchen drauf also man muss aufpassen dass der Nachtisch oder die Speise mäßig diesen Wein nicht überholt aber aromatisch betrachtet ein sehr guter Sparlingspartner für alle Desserts mit tropischen im besten Fall weißen tropischen Früchten der Wein an sich denke ich ist vom Preis Leistungsverhältnis her sehr sehr gut der Wein macht für mich Freude er hat ich denke er würde auch vielen Leuten schmecken die vielleicht gar keine Dessertweins Fans sind also damit kann man die Leute antiesen um an diese Geschmackswelt von edelsüßen Weinen die jetzt hier noch gar nicht extrem ausgeprägt ist der Orangenschalen Orangemarmeladen Charakter ist ja hier jetzt nicht wahnsinnig prägnant das wäre jetzt bei Beeren oder insbesondere Trockenbeeren auslesen viel extremer noch aber da spielt man ja auch in einer ganz anderen Preisliga mir geht es ja nur darum euch zu demonstrieren um was es sich bei edelsüßen Weinen handelt und wer daran Gefallen findet kann dann die Qualitätspyramide ein bisschen nach oben kraxeln aber dieser Wein ist ein guter Türöffner für die Welt der edelsüßen Weinen so dann kommen wir zu unserem zweiten Wein auch ein Österreicher und zwar ein Eiswein schauen wir uns zunächst wieder die Flasche an Weinrieder ist ist hier das Weingut das in Peusdorf liegt und der die verwendete Rebsorte ist Welschriesling Welschriesling ist wie der Name allerdings verleitet hat keine Verwandtschaft mit unserem oder ich sag schon unserem Rebsorte Riesling keine Verwandtschaft kommt vermutlich aus Norditalien aber die Abstammung ist noch ein bisschen im Dunklen und Welschriesling hat die letzten 10 20 Jahren durchaus sehr stark profitiert von der allgemeinen Qualitätssteigerung in Österreich und wird auch für normalen Stillwein verwendet aber ist ein ich möchte jetzt fast schon sagen ein Klassiker im Süßwein Bereich dieser Welschriesling ist in einer Einzellage gewachsen die sich Peusdorfer Hohnleiten nennt wie auf der Flasche zu erkennen ist und das ist bisher Spitzenreiter in unserem Podcast von 1998 also da zeigt man natürlich schon mal ein bisschen mehr und das Besondere am Eiswein ist ja die gesunden gefrorenen Trauben und dieser Umstand führt letzten Endes dazu dass nicht in jedem Jahr Eiswein gelingt und gekältert wird sondern das nur in ganz besonderen Jahrgängen möglich ist typisch oder der Unterschied zum edelsüßen Wein soll einfach die dominierende Sorten Charakteristik sein eine höhere Säure und eben nicht die zusätzlichen Aromen durch den Botrytis Befall eine genauere Analyse Werte zu dem Wein habe ich leider nicht auf der Rückseite des Etiketts findet man dann die Angabe von 10% da kann man wieder davon ausgehen dass zum Lesezeitpunkt oder durch die Gefrierung des Wasseranteils der Zuckergehalt dann im Most relativ hoch war sodass die Gärung dann vermutlich bei 10% von selber aufgehört hat dann machen wir die Flasche zunächst ganz normal auf es handelt sich hier um eine klassische Kappe das heißt die muss zunächst mal mit dem Winzermesser geöffnet werden und es handelt sich hier um einen Naturkorken in meinem Fall sieht man jetzt einen leichten Schimmelbefall das mag den einen oder anderen nicht abschrecken aber der Wein ist über 20 Jahre alt und somit wenn Feuchtigkeit vielleicht ein bisschen im Keller war kann sich da schon mal Schimmel im leichten Ausmaß finden die Frage ist nur wie gut der Korken raus geht ich habe es jetzt hier fast schon verkauft ich muss jetzt mal schauen dass ich den ganz raus kriege das hat noch geklappt also der Korken die Lagerung des Weines war wahrscheinlich nicht tausendprozentig ideal aber der Korken ist unten noch relativ geschmeidig und elastisch beim Quietschen das ist vielleicht auch noch so eine Sache die man weitergeben kann wenn der Korken beim Einrind des Korken Ziers so quietscht dann besteht mal grundsätzlich Gefahr dass der Korken zu trocken geworden ist und damit an Dichtigkeit verliert und somit die Wahrscheinlichkeit für einen Weinfehler schon allein an der Akustik des Korken Ziehens ansteigt aber der Korken ich habe ihn im ganzen raus bekommen und der Korken war wie gesagt noch unten elastisch und feucht sodass der Wein wahrscheinlich einfach gut gelagert worden ist und der obere Teil einfach in den 20 Jahren ein bisschen ausgetrocknet ist gießen wir mal was ein die Farbe ist natürlich schon was komplett anderes wir normalerweise ist der Welschrieslingwein eigentlich eher blass helles gelb grün grün und hier sind wir schon im bärensteinfarbenen Bereich ich habe jetzt ein bisschen Schiss dass mein Gehör mich doch nicht getrügt hat und der Wein vielleicht doch kaputt ist das wäre jetzt natürlich ein bisschen bitter aber das gehört zum Weintrinken auch dazu dass der eine oder andere Wein mal kaputt gegangen ist ja es ist ein bärensteinfarbener Wein und mit ausgeprägten wässrigen Rand und jetzt riechen wir mal rein in den Wein jetzt bin ich selber sehr gespannt ja ich habe hier eigentlich leider Gottes Sherry Aromatik das war jetzt ehrlich gesagt nicht so vorgesehen ich meine die Weine reifen natürlich generell aber diese Sherry Aromatik gepaart mit der Farbe spricht für mich jetzt eigentlich eher dass der Wein hinüber ist ich schwenke ihn mal ja im Schwenken sieht man noch einen leicht grünlichen Stich also der Sherry und die Frucht steht nicht mehr also Sherry steht im Vordergrund von der Frucht ist nicht mehr allzu viel da was man merkt im Mund die knackige Säure die ist auf jeden Fall noch da ist auch beim Eiswein sehr typisch weil eben der Stoffwechsel durch den Pilz der Potritis nicht statt gefunden hat was ja automatisch immer einen Säureabbau bedeutet und das ist schon mal der große Unterschied zum ersten Wein den wir heute hatten da war die Säure ja mit 6 Gramm eher sehr niedrig und hier haben wir jetzt eine durchaus höhere Säure ein bisschen eine blumige fruchtige Aromatik hat er schon noch also der Weißschließling an sich ist eher für blumiges Buket bekannt und davon ist schon noch was zu spüren die Fruchtigkeit ist vorhanden der Wein ist meiner Meinung nach aber leider Gottes trotzdem zu sehr oxidiert weil der Korken eben schlapp gemacht hat oder die Lagerung nicht ganz ideal war er ist oben einfach ein bisschen zu spröde schon geworden aber was auf jeden Fall jetzt fehlt ist die Orangen Aromatik die Orangen Schalen Aromatik die Säure ist höher die Sortentypizität zeigt sich beim Eiswein stärker das haben wir jetzt in diesem Wein nicht vielleicht habt ihr euch einen anderen Eiswein besorgt die Idee war ja ihr besorgt euch einen edelsüßen Wein und Eiswein aus derselben Rebsorte in meinem Fall ist es jetzt eben Welschriesling geworden kann bei euch was anderes sein und es geht einfach darum dass ihr die zweimal nebeneinander parallel verkostet um die geschmacklichen Unterschiede rauszuschmecken das gelingt jetzt bei mir leider nicht so weil der mein zweiter Wein leider kaputt ist ich in so einem Fall wird jeder namhafte Winzer dem Kunden Recht geben und im besten Fall euch dem Wein austauschen oder erstatten ich muss mal gucken was mein Lieferant dazu sagt bei 20 Jahre alten Wein ist das Risiko natürlich höher und die probieren natürlich auch nicht immer regelmäßig die Jahrgänge durch ob die noch was sind weil das einfach schlicht und einfach zu teuer wäre aber ich schau mal was mein Lieferant dazu sagt und ich werde euch dann berichten was wie er sich dazu geäußert hat ich hoffe ihr hattet ein bisschen mehr Glück beim Eiswein eigentlich ein ganz besonderer Genuss auf den ich mich jetzt auch gefreut habe und bin jetzt ein bisschen traurig aber den Rest des Abends werde ich mich an die Auslese vom Kracher halten das ist deutlich mehr als ein Trostpflaster ich würde mich aber wie immer freuen von euch zu hören wie euch dieser Vergleich gefallen hat und ob ihr jetzt in Zukunft euch öfter einen edelsüßen Wein oder Eiswein gönnen werdet am besten macht einfach eine Notiz auf meiner Homepage auf der Episodenseite das buch zur heutigen episode was ich euch empfehlen möchte hat den passenden namen edelsüße weine das könnt ihr wieder über den amazon affiliate link bestellen und kostet dort im augenblick 6 euro 99 und behandelt das thema recht umfassend das buch ist bereits im jahr 2010 erschienen hat 300 zeiten in etwa und behandelt alle wichtigen süßweinstiele die wir jetzt quasi auch in unserer fünfteiligen episode angesprochen haben und noch viele weitere darüber hinaus wen ich jetzt mit diesem weinstiel etwas anfixen konnte dem sei das Buch ans herz gelegt er kann sich da noch mal schön reinarbeiten und vielleicht noch weiter auf die suche nach süßweinen gehen die ihm dann oder euch dann auch noch vielleicht besser gefallen der Wein der Woche kommt dieses mal aus Spanien und ist ein Weißwein in Spanien gibt es durchaus auch sehr leckere Weißwein in erster Linie verbindet man sehr immer mit Rotweinen Spanien aber eben auch gibt es sehr schöne Ecken in Spanien wo hervorragender Weißwein entsteht wir befinden uns heute im Ria Spaisas das ist im Nordwesten von Spanien nördlich von Portugal quasi und die Rebsorte die dort hauptsächlich angebaut wird ist der Alberigno Alberigno ist eine Ableitung seiner vermuteten Herkunft Alberigno heißt auf Deutsch so viel der weiße vom Rhein und man hat eben auch lange vermutet dass der Alberigno der Riesling ist weil sein Geschmacks Profil und seine Zusammensetzung nicht unähnlich untypisch ist für Riesling das heißt eine hohe Säure finden wir hier in aller Regel und die typischen Apfel und Pfirsich Aromen bringt er auch mit Allerdings sind die Alberigno Weine in aller Regel nicht ganz so elegant und feingliedrig wie Riesling sondern vielleicht eher ein bisschen breiter mit nicht ganz so hoher Säure und dafür einer etwas herberen Aromatik Wir haben heute den Alberigno von Paso de Senoras aus 2016 im Glas und der Wein an sich der ist ein relativ typischer Vertreter seiner Zunft er hat ein mittleres Zitronengelb ist natürlich klar und zeigt kaum einen wässrigen Rand vom Geruch her finden wir hier feine elegante Citrus Aromatik ergänzt durch tropische Komponenten der angesprochene Pfirsich und Apfel findet sich natürlich auch und die etwas herberen Aromen zeigen sich auch ganz schön vom Geschmack her die vital knackige Säure mit ein bisschen erhöhtem Alkohol wir haben ja immerhin 13,5% nichts desto hat der Wein noch einen schlanken Körper die Aromen aus der Nase wiederholen sich noch am Gaumen haben aber eine relativ hohe Intensität und den Abgang würde ich als mittellang beschreiben der Wein ist somit ein ganz typischer Vertreter für seine Rebsorte Albariño und sein Anbaugebiet Rias Baisas im Nordwesten Spaniens und ist ein idealer Essensbegleiter für allerlei Fischgerichten aber auch anderen Gerichten mit weißen Soßen und vielleicht sogar ein bisschen fetteren Gerichten weil durch die knackige Säure wird es eigentlich ganz gut komponiert und auch kompensiert das Preis Leistungsverhältnis würde ich auch sehr gut beschreiben und kann euch nur Albariño Weine ganz generell ans Herz legen mich würde wie immer interessieren ob ihr schon Albariño Weine probiert habt wie ihr diesen Wein vielleicht findet wenn ihr ihn nachkauft über meinen Link oder wie ihr die Ähnlichkeit zum Riesling sieht wie immer zum Schluss möchte ich euch jetzt noch die Weine für die nächste Folge vorstellen die nächste Folge wieder dann der fünfte und letzte Teil der Miniserie Weine für die Ewigkeit sein und wir behandeln zum Abschluss dieser Serie nochmal zwei Klassiker die möglicherweise auch als die idealen Stadthalter für Süßwein schlechthin gelten können und zwar begeben wir uns mit dem ersten Wein wieder in die bekannte Weinbauregion Bordeaux um genau zu sein in die Subappellation Sautern Sautern ist ein weißer Süßwein der hauptsächlich aus zwei Rebsorten nämlich Semilio und Sauvignon Blanc erzeugt wird und auch ein edelsüßer Wein ist ihr könnt euch einen klassischen Sautern beliebigen Jahrgangs suchen oder es gibt auch noch Nachbar Appellationen die genauso gut für die Verkostung sind in erster Linie denke ich da natürlich an die Gemeinde Basak zur Not könnte es aber auch ein etwas weiter abgelegenes Gebiet und Basiak sein was noch geeignet ist weil der Rebsortenspiegel dort ähnlich ist aber am besten wäre ein Sautern oder ein Basak der zweite Wein wird der berühmte ungarische Süßwein Tokaj sein oder Tokaja und ich habe mir eine Flasche Schamarotny besorgt ihr könnt euch aber auch die höherwertigeren Qualitäten die mit Potonios unter einer Zahl versehen oder benannt sind kaufen allerdings sind die im Einzelfall schon ziemlich teurer und ich habe mich einfach für die günstigere Variante entschieden ich freue mich drauf die beiden Klassiker mit euch beim nächsten Mal gemeinsam zu verkosten und damit wird dann auch unsere Süßwein Serie beendet sein so liebe Weinfreunde das war es schon wieder mit der vierzehnten Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht mit zwei Weinperlen wie ich finde zumindest in meinem Fall beim zweiten Wein auf dem Papier aber edelsüße Weine gehören auf jeden Fall in jeden Weinkeller der sich vollständig oder annähernd vollständig nennen möchte und beim nächsten Mal ich bin sehr zuversichtlich dass Episode 15 dann das Interview zum Demadera Weinen sein wird ansonsten die nächste normale Folge wird dann der krönende Abschluss der Miniserie zu den Süßweinen sein nämlich mit Tokaj und Sotern die 15 Folge wird am 28 September erscheinen ich wünsche euch trotz des Oktoberfest Beginn genussreiche Zeit mit am besten leckeren Weinen und vielleicht der ein oder anderen Maß Bier zwischendrin ist ja auch nicht ganz zu verachten ich wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal Tschau Servus Bis zum Segcare Buben T Ich Sch sch j 19 Gott Sch sword